Liebe Allgäuerinnen, liebe Allgäuer, ich wünsche Ihnen von Herzen ein schönes Weihnachtsfest und natürlich alles, alles Gute für das neue Jahr 2014. Wir leben in einer wunderschönen Region und hier können wir Weihnachten ganz besonders genießen. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass es für Sie ein wunderschönes Weihnachtsfest wird. Liebe Zuschauer von TV Allgäu, ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein glückliches und gesundes neues Jahr und vor allem auch, dass Sie die Zeit jetzt mit Ihrer Familie und mit Ihren Angehörigen verbringen können, dass Sie etwas zur Ruhe kommen und nächstes Jahr wieder gemeinsam kraftvoll auch in die Zukunft blicken. Ihr Klaus Holitschek Liebe Zuseherinnen und Zuseher von TV Allgäu, ganz gleich, wo Sie das Fest verbringen und wie Sie es begehen, meine Frau und ich wünschten Ihnen für diese Zeit ein Höchstmaß an Gemeinsamkeit mit Menschen, die Ihnen am Herzen liegen. Ich möchte an dieser Stelle aber all denen danken, die an den Festtagen hauptamtlich oder im Ehrenamt Dienst für unsere Gesellschaft tun und wünsche Ihnen für das neue Jahr schon heute Glück, Gesundheit und Gottes Segen, vor allem aber viel innere Zufriedenheit. Sehr geehrte Damen und Herren, das Jahr ist wieder wie im Flug vorbeigegangen. Ich möchte in dieser Zeit vor allem an die Menschen denken, die mit ihrem Einsatz auch dafür sorgen, dass wir friedliche und entspannte Weihnachten verbringen können, ob bei der Polizei, Feuerwehr, Krankenhäuser, Hilfsdienste, aber auch an unsere Soldatinnen und Soldaten, die oft weit entfernt von der Heimat ihren Dienst vollbringen und viel Einsatz bringen. Ihnen vielen Dank. Gleichzeitig möchte ich Sie bitten, sich etwas Zeit zu nehmen in der Weihnachtszeit und die Zeit mit Familien und Freunden zu verbringen und etwas zu entschleunigen. In diesem Sinne frohe Weihnachten. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von TV Allgäu, ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Weihnachtsfest, vor allem Zeit mit den Lieben und natürlich einen guten und gesunden Start ins neue Jahr 2014. Liebe Leute, ich hoffe, Sie haben schöne Weihnachtsfeiertage verbracht im Kreis Ihrer Familie. Ich möchte mich als erstes bedanken bei allen, die über Weihnachten Dienst gemacht haben und ich hoffe, dass Sie jetzt in der ruhigeren Zeit noch viel Gelegenheit finden für nette Gespräche mit Ihren Freunden und Ihren Lieben. Für das nächste Jahr wünsche ich Ihnen viel Glück und vor allem Gesundheit. Sie haben mir ja ein enormes Vertrauen im letzten Jahr geschenkt und das Vertrauen werde ich nutzen und wir mit viel Schwung und Elan ins neue Jahr starten.